Eine richtige Institution auf der Wiesn ist der Höllenblitz. Und da wartet jetzt gleich nicht nur Feuer auf mich, sondern auch eine Lasershow. Also wie Sieg hast du da schon ein Höllengerät da hinten. Was gibt es denn jetzt gleich? So was wartet auf mich? Ja, also die Höllenblitz ist eine Achterbahn im Dunkeln. Und das Besondere ist halt wirklich die freie, drehende Gondel und man verliert die Orientierung. Und wir haben dieses Jahr ganz neu eine Lasershow noch hier für die Wiesn bekommen. Ich glaube, das ist schon ein mega Spektakel. Was ist denn so das Besondere bei deiner Lasershow? Ja, die neue Lasershow haben wir alle Farben. Also früher hatten wir nur zwei Farben. Und jetzt haben wir wirklich alle Farben, ob weiß, rot und so weiter. Also das wirst du ja gleich bestimmt sehen. Und los geht's! Oh Gott! Ja, jetzt weiß ich, was die mit Hölle meinen. Oh Gott! Ja! Oh Gott! Ja! 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 Oh Gott! Ja! Ja! Oh Gott! Ich bin verdächtig, gerade, dass ich nochmal davon gekommen bin.